So, willkommen zu... Hey, warte! Episode 2, Map 7, nein, Map 6. Quasi die vorvorletzte Map. Mal gucken, wie die wird. The Labyrinth. Okay, klingt das schon mal interessant. Was? Ich fände da gerne auch auf. Oh, Züge gibt, das gefällt mir nicht so sehr. Was? Wie kommt der so schnell rein? Oder war der schon drinnen? Nein, war der nicht. Alter! Okay! Also wieder Eis. Wow, 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 wow. Alter! Wird mal stehen hier. So. Vollgas im Ziel. Oh. Was ist mit dir los? Oha. Hier ist ja überall Eis. Wird da stecken, oder? Nee, doch. Da kommt der. Kommt mir krass vor, wie so ein Eis-Labyrinth. Oh. Okay. Ich glaube, ich weiß, warum das Ding Eis-Labyrinth heißt. Oh. Okay. Ich glaube, ich weiß, warum das Ding Eis-Labyrinth heißt. Oh. Okay. Ich glaube, ich war ganz sicher. Das war wohl klar. Ich werde mal still, Junge. Warum ist hier nur einer gewesen? Oh, das sieht doch recht übersichtlich aus. Ich weiß nicht, das finde ich nicht so. Oder das, wie die Map so heiß kommt erst noch. Vor allem kann man ja sogar gucken, wo man langlaufen muss. Was ist das denn Labyrinth? Ich glaube der Entwickler hatte einen Knoten im Hirn und hat das Ding Labyrinth gemeint. Das Ding Labyrinth gemeint. Das Ding Labyrinth genannt. Und hoffenweise BFG Munition. Ich bin wieder klar, dieser kleinen roten Fichter macht mich wieder den größten Mist hier. Vielleicht sollte ich hier meine Minigam ein bisschen schonen. Ich habe da gerade noch knapp die Hälfte an Munition. Das ist ja nicht sehr gut. Das heißt, mehr von der Plasma und von der Strohschlitte verwenden. So, da komme ich her. Oh! Secret. Sieben Secrets. Halleluja. Das heißt, wir haben jetzt erstmal den gelben Tür und dann ist auch schon die gelbe Tür. Da. Genau. Richtige Richtung. Dann nehmen wir mal die richtige Waffe in die Hand. Dann haben wir schon mal alles was wir brauchen. Ich höre schon wieder Mager. ja das heißt was läuft mit dem weg rein hat er nicht aber schuld so hier sieht es wieder aus wie beim Sofa. Oh ich höre Sachen die mir nicht gefallen ähm ok sorry aber bei so viel macht die Mini-Gun halt einfach so Sinn. Ich könnte natürlich auch die verwenden. Fällt mir gerade ein? Ja was sind für sich jetzt alle? Oh da sind alle reingeflogen ich bin ja schon weg ich bin ja schon weg ich bin ja schon weg Oha jetzt kommen die hier alle alle mal bitte abhauen Dankeschön klar klar wie sieht natürlich die da unten an was auch strategisch echt das sinnvollste zu sein scheint hier ich meine ich könnte ich könnte das vertikale auto er natürlich deaktivieren aber dadurch dass es bei vanilla heretic auch so war ja gehörts halt einfach mit dazu ne so was ist hier drinnen? Oh so noch mehr böse Feinde ah wir kommen am Anfang und hier na gut mehr nicht so wie sieht es denn hier unten aus? ich kann hier aber bestimmt Intelligenz in diese Fallner locken oder? ähm ich versuch's mal ganz kurz dann brauch ich auch mal die Waffe weil mit der Pistol brauch ich ewig bis ich die Dinger entzünden kann dafür mal lieber die Mini-Gun benutzen die ist durchschlagkräftiger also auch hiermit dauert es ewig ok die Ersten haben gezündet jetzt gehts nochmal zurück boah alter naja wenn das mal nicht funktioniert dann will ich ja auch nicht so jetzt müsstest du noch eine dritte auf die Plattform geben oder? ja hier hinten das heißt ich kann die Intelligenz noch gegen die dritte Front locken das trifft doch alter viel zu spät naja einer ist gleich ach komm dich mach ich mal so äh dich schatz mal da muss ich rein kann das sein der grüne Key so was gibt es hier draußen eigentlich noch? so hier hinten gibt es noch ein bisschen was dann war hier grad irgendwo noch ein Chaos Key da äh Chaos the Voice meine ich doch hier geht's brauch ich davon was? Nein? so mehr scheint hier nicht zu geben oder? da ist leer also da ist gar nichts sehr gut da geh ich mal wieder hier rein ah 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 äh wir haben jetzt was? wir haben jetzt den grünen Key der grüner Key ist ne das genau am anderen Ende ne ok ich schätze mal hieß es überall so ein Ding hinter äh äh von welcher war von welcher wäre meist von der grüne ist auch noch am meisten im Labyrinth ja macht keinen Sinn wow können wir da einfach mal beide schicken Dankeschön ähm oh oh nach Moment schon mal hier sind die Tür? da sind die Tür hier war ein Fenster? Ne ok oh sieht ja nicht so freundlich aus dann... ähm... ja... ich guck mal einfach lang... also jetzt ist mir jetzt ein freies Schuss, fällt nach dahinten... wow, die aber auch... okay, der erste ist weg... okay, doch... so, bei der blauen, da brauchen wir doch... ah... danke dafür... was? geht da noch? so, weiter kommen wir nicht... also jetzt müssen wir außen rum... die Tür ist wahrscheinlich genau der Raum... und hier geht es einmal in die Mitte, oder was? nice... ich höre da irgendwas... oh... da hat sich was zum abgesenkt... und das war nicht meine Frisur... so, von hier haben wir meistens... okay... damit schließt sich dann noch der Kreis... oh... ja, ich weiß, ich könnte auch ausweichen, aber es bringt halt einfach nichts... erstens finden wir hier so viel Health... dann lohnt sich das gar nicht... jetzt sogar schon mal eine Rüstung, müssen wir uns merken... das ist für mich eine gute Rüstung... äh... was habe ich gerade gesagt? genau, erstens bringt Ausweichen... ähm... kaum Platz, weil die liegt überall... kacke rum... und zweitens kann ich, wenn ich nicht ausweiche... kräfte ich ja... also muss ich nicht so lange warten, bis ich wieder zielen kann... so, jetzt haben wir den blauen Key bekommen... also wie das genau zum anderen... äh... zur anderen Ecke des Feldes... schön rum driften hier... ey, genau perfekt, du brennst... oder für mich ausgerollt... oh... oh... oh nein... dann sind die, die diese gelben... Scheißdinger werfen... gut, ich muss jetzt mal die andere Ecke wegbekommen... das Schöne ist, die laufen direkt zu mir... erspart mir eine Menge unnötiger taktischer Manöver... das Schöne ist hier nicht... oh... ist das eine große? ja, das ist eine große... und da sehe ich einen Magier... ähm... was nehme ich das für was? ich schätze mal... die hier für den Magier... komm mal raus... so, und... die hier kommt für immer... was auch noch kommen mag... äh... mal speichern hier... so... ja, ist ja gut... jetzt halt mal die Fremden... bist du fertig? Dankeschön... nein, natürlich noch nicht... hallo... ich würde gerne wieder nach Hause... hast du's bald mal? alter... so, zwei Kickler sind noch da... das heißt, ich schieb die hier noch ein bisschen auf... und zähle gerade mal zwei, weil da noch so ein Stab war... danke dafür... äh... oh... ja, Scherblichkeit... kommt das ein bisschen spät... ähm... wir sind bereits gestorben... innerlich... so, die Frage ist... ist das da eine Tür... oder warum ist das da so eingedellt? ah! na gut... Rustung grün ist jetzt nicht allzu viel... kriegen wir eh gleich eine gute... was ist das denn für Sequels? wir haben auch keine Rollmap leider... das heißt, ich darf die Dinger wieder manuell gucken... äh... wo denn... naja, haben wir noch Allmap bekommen? ok, dann ist das noch was... da haben wir auch die gute Rüstung bekommen... und bei dem grünen, da waren wir auch noch nicht... in dem kleinen Raum, oder? keine Ahnung... ich sag mal... wo bin ich jetzt überhaupt noch nicht? ach, gehen wir weg hier... so, wir müssen also zu dem grünen Bereich... da ist alles das, was wir noch brauchen... ah... ne, hier waren wir noch nicht drinne... interessant... da fehlt uns... da fehlt uns bloß noch ein Secret... und das ist dann genau das... was hier hinten noch irgendwo anschließt... hier war auch das mit der guten Rüstung... genau... ähm... und hier ist auch noch so'n Ding... ist doch geil... haben wir doch weiß genug Munition... ach, hier ist die... ah... ach, schau mal da an... hier ist auch wieder so'n Ding, ey... ah... okay... das ist natürlich nice... wie viele Munition hier auch von dieser kack BFG rumliegt... das ist ja... okay... das waren alle Gegner... das heißt, wir können uns jetzt auch die Rüstung nehmen... und können uns jetzt langsam wieder aufmachen... Richtung Ziel... natürlich darf man noch schön hier alles rum... an Munition einsammeln... was hier so rum... keucht und fleucht... so... die kleineren Waffen müssen wir wirklich voll bekommen hier... nur bei der blauen Waffe bin ich mir da eher unsicher... bei der... Minigun... da ist ja... ach, hier war ja auch noch BFG-Munition... ja... und schon sind wir voll... hey... wir werden dann mit dieser BFG-Munition zugeschissen... das ist doch nicht mehr gesund... so, hier sind wir voll... hier fehlt uns noch ein bisschen... ah, das ist noch... 20er Pack... hey, warum... waren bloß 10? warum waren das bloß 10? da sind doch normalerweise... wenn es so eine Waffe ist... auch immer gleich 20... ok, komm, ich kann nicht hoch... kannst du sonst geschehen... genau, hier war ich gerade... ist denn jetzt noch irgendwo was von der Rot-Grün... unsere Hauptsache sollte jetzt nicht gerade leer sein... so, hier sind wir fast voll... naja, besser wird es wahrscheinlich noch nicht mehr... so, wie sieht es denn hier aus... hier war es... an la Munition... nö, äh, nicht so... so, die ist voll... die ist auch voll... uns fehlt also bloß noch ein bisschen blau... und ein bisschen grüne Munition... na, ist doch ein Wort... nö... 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 ach so, Benkel... waren wir gerade? häh? so, warum ich das gerade eingesammelt habe... ich habe keine Ahnung... so, hier haben wir auch... ja, aber das ist ja alles, was da noch verbunden kann das ein... da kommen wir gerade voll durcheinander... ach ne... na gut, ich glaube mal, wir rennen einfach zu dem Ziel... das mit der Munition wird mir gerade ein bisschen zu anstrengend... na eben, alles, was für Munition sein könnte, haben wir bereits... gut, das heißt... mehr Munition gibt es einfach nicht... gutchen... dann war das noch ein würdiges... Ende, wollte ich gerade sagen... aber ist noch nicht das Ende... ein wahnsinnig würdige Map... und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder... bald... und deshalb schon so ein guter Vogel... naja... in dem Sinne denn... bis zur nächsten Woche... schau mit V...